Küsst die Hand, meine Herrschaften, mein Name ist Clemens Wenzel Lothar von Metternich, aber Sie kennen mich aus dem Getränkefachmarkt einfach nur als Fürst von Metternich. Ja, ich war der österreichische Obermacker und unter meiner Leitung fand 1814-15 der Wiener Kongress statt, wo meine Kumpels und ich ein bisschen an der Uhr gedreht haben, nämlich 25 Jahre zurück, vor diese ganze fürchterliche französische Revolution und den Kaiser Napoleon. Vive la France! Nee, weg mit dir. So, wir haben dafür gesorgt, dass die guten alten Monarchien in Europa wiederhergestellt werden. Restauration nennt man das, ich bin sozusagen der Chefrestaurator, denn eins steht doch bitte fest. Der Bürger ist brav, aber politisch hat er keine Ahnung, deshalb sagt weiterhin der jeweilige fürstliche Landesvater, wo's lang geht, gell? Darauf ein Prosit der Gemütlichkeit. Wien. Ja, Metti hat immerhin Sekt und Mettbrötchen, um sich die Restauration schön zu trinken. Das geht nicht allen Adeligen so. Ja, guten Tag, mein Name ist Annette von Droste-Hülshoff. Ich stamme zwar aus einem alten westfälischen Adelsgeschlecht, aber uns geht's mehr schlecht als recht nach dem Kongress. Also, einfach nicht dran denken, ich schreib ein paar schaurig schöne Naturgedichte und dann meine Krimi-Novelle. Die Judenbuche, wo wir ja gerade bei Buchen sind, ne? Halb romantisch, halb sozialkritisch, realistisch. Und der Grund dafür, dass alles den Bach runtergeht, ist, dass keiner mehr anständig katholisch ist. Ach, früher war alles nicer. Ich geh jetzt ein bisschen weinen. Nein, ich flüchte mich in die Lyrik. Hat er, spricht ja auch nix dagegen, Fräulein von Droste-Hülshoff, gell? Die Leute machen sich ja mit dem Begriff Biedermeier immer ein bisschen über uns lustig. Die Epoche ist nämlich nach einem fiktiven, kleinkarierten schwäbischen Schulmeister benannt. Neu, nicht nach mir. Mein Name ist Eduard Mörike aus Ludwigsburg. Ich war Pfarrer, bis ich es irgendwann nicht mehr ausgehalten habe. Aber ich bin total gern Bieder. Anständig, ehrlich, treu, redlich, bescheiden, ordentlich, sauber. Aber vor allem habe ich wunderschöne Naturgedichte geschrieben, wie das Fräulein von Droste-Hülshoff, gell? Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte, gell? Das kennet sie. Aber ich habe auch so Geschichten aus der guten alten Zeit geschrieben, wie Mozart auf der Reise nach Prag. Ja, zugegeben, das ist schon auch ein bisschen morbid immer. In meinem Künstlerroman Maler Nolten beispielsweise sterben im Prinzip am Ende alle. Aber was will man auch machen? Am Ende kommt der Sensenmann. Ja, aber bevor der kommt, schalten wir schnell nochmal auf die Theaterbühnen von Wien zu den Superstars des österreichischen Dramas. Allen voran Ferdinand Raimund. Ja, ich schreibe total lustige Zauberposten. Meine Freunde nennen mich auch Ferry Ultra, Johann Nepomuk Nestreu. Ja, und bei mir geht es dann ein bisschen realistischer zu, aber mit viel Musik und Spaß. Und schließlich Franz Grillparzer. Und bei mir gibt es gar nichts mehr zum Lachen. Ich schreibe ganz tragische Tragödien im Blankvers, teilweise aus der griechischen Antike. Der Goethe hätte seine Freude dran gehabt. Gut, ein paar Traumspiele gibt es schon auch. Ich sag mal, eines nur ist Glück hinieden. Eins. Des Innern stiller Frieden und die schuldbefreite Brust. Ja, bravo meine Herrschaften. Da kann ich mich nur vollumfänglich anschließen. Adalbert Stifte ist mein Name. Und in meinen kleinen Erzählungen und Romanen geht es auch immer um das bescheidene bürgerliche Glück. Ich sag mal, selbst wenn man keinen stürmischen Leidenschaftsfrühling erlebt hat, kann man trotzdem einen wunderbaren Nachsommer haben. Ganz genau. Der Stifter war übrigens mal Hauslehrer bei meinem Sohn. Das ist einer von unseren. Nein, 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 nein. Boah, wie ich diese weichgespülte Biedermeierei hasse. Das geht mir so auf die Eier. Nein, man muss doch auch mal über seinen eigenen Tellerrand rausgucken, gell? Äh, sorry, ich bin der Büchner Schosch, ich stamme eigentlich aus Hessen, hab aber zwei Jahre in Straßburg studiert, gell? Ja, ab 1831, kurz nachdem die Franzosen im Juli 1830 wieder so eine kleine Revolution gemacht und einen Bürgerkönig eingesetzt hatten. Ja, einer von uns, wenn man einmal angefangen hat mit dem Revolutionieren, kann man nicht mehr aufhören. Naja, und eigentlich war ich ja Mediziner, aber erstens konnte ich die Unterdrückung, die Spitzelei, die Zensur daheim in unserem Großherzogtum Hessen nicht mehr ertragen. Und da habe ich dann das Flugblatt der hessischen Landboote herausgegeben. Zweitens habe ich dann Geld gebraucht, als ich untergetaucht bin. Und deshalb habe ich dann Dantons Tod geschrieben. Mein großes nihilistisches Revolutionstammer. Das ist der Danton und der stirbt. Aua! Ja, also die Revolution frisst ihre Kinder. Der Mensch kommt unter die Räder der Geschichte. Ähnlich geht es dann meinem kleinen Soldaten Franz Wojcik. Das ist leider Fragment geblieben, da bin ich nicht mehr fertig geworden. Dieser kleine Soldat wird von seiner Umgebung fettisch gemacht, bis er seine Geliebte umbringt. Aaaaah! Ja, gut. Ich bin zwar nur Arzt und mit 23 an Typhus gestorben, aber das ist es doch, was Literatur machen soll. Nicht immer nur heile, heile Gänzschisspiele, sondern den Finger in die Wunde lesen. Da haben Sie so recht, Herr Büchner. Ja, der Kollege hat auch echt Pech gehabt. Kein einziges von seinen Stücken wurde zu seinen Lebzeiten aufgeführt. Gut, meine Dramen konnte auch keiner leiden. Christian-Dietrich-Grabbe heiße ich. Also ich habe zum Beispiel Napoleon oder die 100 Tage geschrieben. Ja, den Superhelden nochmal aufstehen lassen. Vive la France! Ja, aber wir sind halt nicht mehr im Idealismus. Ja, ähnlich wie beim Büchner-Schorsch ist das bei mir auch immer tragisch und nihilistisch. Aua! Also mir ist das entschieden zu humorfrei. Heinrich Heine ist der Name. Ich komme aus Düsseldorf, ich bin promovierter Jurist. Aber obwohl ich extra vom Judentum zum Protestantismus konvertiert bin, habe ich in Deutschland keine Arbeit gefunden. Naja, und dann bin ich nach Paris und habe von da geschrieben. Journalistische Reiseberichte und Gedichte. Und manchmal beides zusammen. Zum Beispiel Deutschland ein Wintermärchen. Aber ehrlich gesagt war das so eine Hassliebe, die mich mit meinem Vaterland verbannt. Denke ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht. Ja, ich weiß, es klingt lustig, aber ich habe schon auch viel Sozialkritik geübt. Aber die Spießbürger haben mich vor allem deshalb gehasst, weil ich trotzdem so romantisch schöne Verse geschrieben habe. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Abschließend möchte ich noch eins klarstellen. Ich gehöre nicht diesem jungen Deutschland an, von dem immer alle reden. Also ich auch nicht. Ja, ich sowieso nicht. Nein, zum jungen Deutschland gehören mehr so Autoren wie Karl Gutzko und Heinrich Laube. Ja, ich weiß, von denen haben sie noch nie gehört. Das macht nichts. Aber einen der politischen Lyriker aus dieser Zeit kennen wir alle. Nämlich August Heinrich Hoffmann von Fallersleben. Der hat nämlich immerhin das sogenannte Lied der Deutschen geschrieben, dessen dritte Strophe so anfängt. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Ja, das kennen Sie, gell? Naja, wir wollten halt damals ein einiges freies und gerechteres Deutschland haben. Und deshalb fingen dann im März 1848 auch in mehreren deutschen Staaten Revolutionen an. Vor allem in Baden, dann auch in Berlin und in Wien. Und immerhin gab es dann eine verfassungsgebende Nationalversammlung in der Paulskirche in Frankfurt. Gut gebracht hat das Ganze nicht so viel. Aber weil wir politisch engagierten Schriftsteller letztlich alle auf diese März-Revolution gehofft hatten, stehen wir heutzutage meistens unter dem Begriff Vormärz in der Literaturgeschichte. Und da greift der Stifter nochmal ein und sagt, Bah, Politik, Literatur muss schön sein, Bullshit. Literatur muss wahr sein und kritisch, ihr Biedermeier. Ihr Vormärzhasen, ihr armen Poeten. Und wenn sie nicht gestorben wären, dann stritten sie auch heute noch. Und das, liebe Gemeinde, war die Epoche des Biedermeier und Vormärz to go. Vielen Dank.